Hallo bei einer neuen Folge von Rudi Backstage, der Musiksendung, die ein bisschen hinter die Kulissen fliegt. Hier ist nun Rudis Tipp. Herzlichen Gruß aus Feldbach. Wir sind der Erich und der Franz von den Lockberaten. Seit zehn Jahren spielen wir erst schon zusammen live auf der Bühne und kommen bekannte Pop- und Rocksongs mit eigenen kabarettistischen, aber auch kritischen deutschen Texten. Eigene Songs haben wir mittlerweile auch im Programm und davon zwei produzierte Videos, die wir jetzt euch gerne vorstellen möchten. Und zwar der Geist vom Roten Volk und Winnetou. Winnetou? Warum jetzt noch Winnetou? Weil er viele seit ihrer Kindheit berührt und gerade jetzt die Werte von Gerechtigkeit, Toleranz, Freundschaft und Respekt immer mehr in den Hintergrund rücken. Also viel Spaß und Hocker Hey! Trezchen boom! Trezchen photographer, Beацpiele Bauch. Super wird mit. Brave Motiviertel. Hey Mama, hey ja Mama, hey ja Mama, hey ja Mama, hey ja Mama, hey Es gab ein Volk vor nicht langer Zeit Das liebte in Freiheit und voller Stolz Denn was sie brauchten, gab unter Natur Was ist aus ihnen geworden, es liebt nur ihr Geld Es waren nur die Indianer, die Indianer waren es Es waren nur die Indianer, die Indianer waren es Auf weiten Brärien und an großen Seen Sie lebten vom Fischfang und von der Jagd Sie wollten den Frieden mit dem weißen Mann Und dann war's grad dieser, der ihnen alles nahm Es waren nur die Indianer, die Indianer waren es Es waren nur die Indianer, die Indianer waren es Es gab so viele Stämme Wie die Zoom Die Boni Die Navas Die Iron Keys Die Apache Die Shoshomen Und viele, viele mehr Doch heute nimmer mehr Die Erinnerung ist los Doch das Herz So schwer Es waren nur die Indianer, die Indianer waren es Es waren nur die Indianer, die Indianer waren es Es waren nur die Indianer, die Indianer waren es Es waren nur die Indianer, die Indianer waren es Ja und das war es schon wieder. Am Ende sage ich Dankeschön fürs Zuschauen.